Bert, Bert, ich glaub, wir haben... Wir haben zu wenig Klopapier hier! Wir müssen mehr! Kaufen! Jetzt! Willst du jetzt endlich mal deine blöde Fresse halten? Wir haben doch schon acht Paletten Klopapier im Keller. Aber wenn du unbedingt willst, dann geh ich jetzt noch mal in diesen blöden Supermarkt und kauf dein faschistisches Klopapier. Und bring nur den mit!